Einen Tag nach Richard Lugners 92. Geburtstag wollte sich der Baumeister und seine Frau den Segen im Stephansdom abholen, über Simones neue Pläne. Dramen, verhärtete Fronten und Trauer Am Freitag, dem 11. Oktober, wäre Richard Lugner 92. Jahre alt geworden. Es ist der Auftakt eines besonders emotionalen Wochenendes für die Hinterbliebenen des Baulöwen, der am 12. August friedlich dieser Welt entschlafen ist. In der Lugner City wird als Ersatz für Mörtel die Wachsfigur von Madame Tussauds, eine Leihgabe für den Ehrentag des Baumeisters, für Selfies zur Verfügung stehen. Das große Fest im Paläni der Österreich musste natürlich abgesagt werden. Feiern wollte Richard Lugner nämlich nicht nur seinen, sondern auch den Geburtstag seiner Lugner City nach dem kirchlichen Segen mit seinem Bienchen, den sie sich bei Dompfarrer Anton Faber im Stephansdom abholen wollten. Emotionale Pläne. An Lugners Geburtstag wird seine Tochter Jacqueline und ihr Ehemann Leo Lugner sowie Christina Mausi Lugner und der engste Familien- und Freundeskreis nun im stillen Gedenken. Auch Simone Lugner plante für den 12. Oktober, der Tag, an dem sie sich mit ihrem Richard den kirchlichen Segen im Dom abgeholt hätte, etwas Besonderes, wie sie heute im aktuellen Interview erzählt. Braut nimmt Abschied. Ihre Pläne haben sich trotz angespannter Situation mit Richards Familie nicht verändert. Das ist eine Sache zwischen Richard und mir, sagt sie über ihren Entschluss, in ihrem Brautkleid das Grab zu besuchen. Fix ist, sie will in jenem Kleid, das sie sich für den kirchlichen Segen im Dom ausgesucht hat, am Grab erscheinen. In dem Kleid habe ich mich so richtig als Braut gefühlt, erzählt Simone bei der Jungbauern-Kalenderpräsentation am 9. Oktober und ihr kommen die Tränen. Als sie sich das erste Mal in dem Kleid gesehen hatte, realisierte sie erst den großen Schritt, da habe ich mir gedacht, wie ich mich gesehen hab mit dem Kleid, wow, eigentlich unglaublich, dass du tatsächlich einmal eine Braut wirst. Sonst trage ich immer schwarz. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch tun werde, aber solange ich mich fühle, trage ich schwarz. Ans Grab möchte ich an unserem Hochzeitstag in Weiß, erklärt Simone ihr Vorhaben weiter. Sie hätte zudem Unterstützung von ihrem engsten Kreis bei diesem besonderen Friedhofsbesuch.